This feeling inside of my soul is killing me Wie alt bist du? Sag ihm die Wahrheit. 18. Oh. Hast du schon mal am Modeln gedacht? Ich will Schauspielerin werden. Wir sollten uns treffen. Ja, der Junge macht mich verrückt. Ich mag ihn irgendwie sehr. Und pass auf, du weißt so gut wie nichts über ihn. Er weiß auch nicht alles über mich. Hey, Aileen! Ich liebe dich! Aileen, in den Wagen. Sofort. Ich liebe sie. Ich meine wirklich. Ich liebe sie. Liebe? Du studierst Medizin, Jake. Du schuldest es deinem Bruder. Aileen, so okay. Du kannst mir alles sagen. Ich bin ehrlich gesagt erst 16. Vor 100 Jahren hätte es keine Rolle gespielt. Aber heutzutage ist es was anderes. Es ist Schicksal. Der Gedanke ist schön. Er ist nicht gekommen. Du sollst wissen, dass ich mich in dem Moment, als ich dich traf, in dich verliebt habe. Catch-our-Vibe-Reporter werden weiterhin von dieser Sache berichten und sie selbstverständlich auch in den Augen leiden. Ich hab dich zehn Jahre nicht gesehen. Jetzt bist du einfach überall. Catch-our-Vibe hat herausgefunden, dass ihre On-Off-Beziehung zu Björn derzeit wieder on ist. Was sagen Sie? Wollen wir zwei uns nicht besser kennenlernen? Sie sagen kein Wort darüber, wer in diesem Raum liegt. Ich hätte mir in einer Million Jahren nicht vorstellen können, dass Jake mir das Leben rettet. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du seist erst 16. Oh Gott. Erinnerst du dich daran? Ich weiß noch, wie du mir sagt, du schaffst. Ich weiß noch, wie du mir sagt, du schaffst. Ich weiß noch, wie du mir sagt, du schaffst.